Ein Angesicht der Heiligen Nebel In zu tun, Geist meines Vaters, Dein heiliger Atem möge dem weißen Mädchen helfen. Es sind die Zeiten, die ich zu mir führe. Balthosato hat mich die Geheimnisse der Heilung geführt. Aber ich weiß nicht, ob alle meine Gebete die richtigen sind. Unsere Weißer-Lehrer Kirche Peter erzählt uns alles deine Geschichte. Ein hoher Priester kam in ein Glück. Es sei ein Mann, der jeden Tag im Zempel betete. Der Mann konnte weder lesen noch schreien. Noch wusste er, ob seine Gebete die richtigen waren. Aber er betete aufs ganzen Herzen. Der Biester war in Sorge um den Mann. Und er lehrte ihm die richtigen Gebet. Dann verließ er in ein Gebot das Boot. Der Mann wollte sich bedanken und er ging über das Wasser zum Boot. «Volle Ehrwurt bei der Ruhe priester und seine Brot auf die Knie — Heinz! » Das ist ein Wunsch. Bitte aus deinem Herzen, Afanatschka. Afanatschka möchte einen Wunsch aussprechen. Dein Geist wird sich mit meinem vergeben. Ich stehe die Zeit. Ich stehe die Zeit. Danke. Vielen Dank.